Großer Erfolg für den deutschen Wissenschaftler Benjamin List. Zusammen mit dem in Schottland geborenen US-Forscher David W.C. Macmillan wurde er am Mittwoch mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet. Die beiden erhalten den Preis für die Entwicklung der asymmetrischen Organokatalyse. Das bedeutet die Beschleunigung chemischer Reaktionen. In der Begründung hieß es, dass durch diese Arbeit ein Werkzeug ermöglicht wurde, mit dem Medikamente entwickelt werden können. Und zudem habe es die Chemie umweltfreundlicher gemacht. Die königlich-schwedische Akademie der Wissenschaften hatte bereits in den Kategorien Medizin und Physik die diesjährigen Nobelpreisträger verkündet. Dotiert ist die Auszeichnung mit 10 Millionen schwedischen Kronen pro Kategorie. Das sind umgerechnet rund 980.000 Euro.